Ein herzliches Willkommen zurück in Radiant City und My Kondo ist auch irgendwo. Ja, My Kondo ist auch irgendwo in der Hülle. Irgendwo. Ja. Wah, Lava. Hoppala. Wah, Lava. Wah, Lava, nicht reinfallen. Wir wissen ja, wo das endet. Nicht, Tim? Ich glaub, das wird so langsam zu nem Running Gag. Ja, genau. So, hier endete die Höhle auf jeden Fall. Ja, Wolenja. Ja, My Kondo? Bist du da grad sicher? Ähm, ich bau grad Lava zu, wenn du das sicher meinst. Ja, nee. Ich würd mich gleich mal porten zu dir. Ähm, ja, könntest du jetzt tun. Okay. So, Spieler, Zielspieler war das, ne? Spieler zu Zielspieler, genau. So. Tö-dö. Ey, geh mal aus mir raus, bitte. Äh, ja, ich kann nur nicht sehen, wo ich hin kann. Ist hier überall alles gut? Äh, ja. Ja, nun nicht zu mir. Aha. So. So, dann komm mal mit. Hier gibt's nämlich noch viel zu entdecken. Viel zu entdecken? Dann lass uns doch mal was entdecken. Erstmal hier schön alles mitnehmen, Redstone, ne? Hier warst du ja schon. Ach so, hier geht's noch weiter. Da geht's weiter, ja. Hier hab ich nur schnell ein paar Fackeln hingestellt. So, von wegen der Sicherheit. Genau. So, von wegen Part beenden und so. Und dann kommen Zombies und Monsters und überfallen mich. Zombie-Monsters? Das soll ja eigentlich auch, der Schwierigkeitsgrad soll doch eigentlich steigen, ähm, wenn man sich die ganze Zeit an einem Ort befindet. Sollen es ja mehr Monster werden, oder? Ja, soweit ich das... Das hatte ich doch richtig verstanden, ja? Ist das schon, äh, ist das schon implementiert worden oder kommt das erst mit 1,8? Nein, ich mein, das sollte schon implementiert sein, mit 1,6 oder was weiß ich. Ja, ja. Ähm, ich muss sagen, bis jetzt ist mir das noch überhaupt nicht aufgefallen. Nö, nicht wirklich. Ja. Weil es ist ja oft so, dass man sich irgendwie an einem Ort befindet, über längere Zeit, aber es passiert nicht. Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, dass ich das genau aus diesem Grund schon wieder vergessen hab. Ja, hier geht's nicht weiter. Das war's schon. Ja. Ja, es ist schon, ähm, ja. Ich hab mich schon des Öfteren mal gefragt, ob ich das einfach nur nicht merke. Dähä. Weil ich ja nun auch sehr, sehr viel mit Monster ausspiele, denn, ähm, wenn ich irgendwas baue, kann ich die nicht brauchen. Ja, natürlich. Oder, ähm... Da warst du doch schon, oder? Da war ich schon, ja. Ich hab grad gucken, es gibt hier aber noch andere Höhlen. Hier hinten ist noch eine Schlucht gewesen. Hier war der Eingang, genau. Von der Schlucht aus. Also es geht noch, definitiv noch ein Stück weiter hier. Mhm. Nur nicht hier. Ja, hier nicht. Ne. Okay. Wo bin ich denn runter? Verdammt nochmal, hier. Hier war ich runtergegangen. Da bist du runtergegangen. Und dann wollte ich hier in die Richtung weiter. Okay. Hier ist nämlich eine Schlucht in der Schlucht. Eine Schlucht in der Schlucht. Das find ich ziemlich cool. Eine Schluchtige Schlucht. Mal gucken, was uns hier alles auf den Kopf fällt. Ach, ein Skelett. Das Eisen, äh, Gold, mein ich. Oh, ich baue das mal ab. Ein Skelett kommst du ja klar, ne? Das sieht ja mal geil aus hier. Das ist ja mal cool. Bitte? Oder? Oh ja. Oh ja, das sieht wirklich gut aus. Ist das Eisen mit, äh, das, ähm, Gold mitgenommen? Jo. Sehr gut. Tada, 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 tada. Oh, verdammt. Hatten? Ähm, das ist hart. Was denn? Ne, das ist doch. Was machst du denn noch? Ich versuch's was einzubauen, aber ich krieg's nicht hin. Ne, 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 das wird so nix. Ach, hey, das geht da ja. Och. Mann, geht das da runter? Ja. Ne, so wird's nicht. Okay, dann lassen wir das. Das ist schon heftig, oder? Das ist heftig. Und ich hab gedacht, wir wären schon tief. Naja. Das Ding ist, ich würde da jetzt nicht runter wollen, weil da so viel Lava ist, das ist ja eigentlich nur noch Lava. Ich würde aber da rüber wollen. Darüber? Rüber. Auf die andere Seite. So, das war's mit dem Wasser. Sehr gut. Warte ich kurz, bis das weg ist und dann zeig ich dir, wo ich meine. Also hier rüber. Da würde ich mich gerne rüber bauen. Hier rüber? Darüber. Okay. Auf die andere Seite. Ah, in Ordnung, ja. Ja, ich geh mal. Du gehst mal, ja, super. Ich bin auch mal weg. Unter uns wäre ja Wasser zur Not, falls wir fallen sollten. Ja, Hauptsache nicht über der Lava. Das wäre richtig übel. Ja, eben. So. Angekommen. Okay. Gucken wir doch mal, was hier noch ist. Ich finde das schon ziemlich cool. Aber hier scheint's... Nee, geht's nicht weiter. So, hier braucht das Wasser weg. Was ist denn das hier? Hallo? Ach, das ist ein Feldspalt. Also hier hinten scheint's nicht weiterzugehen. Ah, hier ist auch zu. Ähm. Hm, verdammt. Na, hier geht's nirgendwo weiter. Also keine Höhle oder irgendwas hier. Mhm. Schade. Hat sich nicht gelohnt. Ach, Mann. Gut, dann geh ich jetzt hier mit Eisen. Ich buddel mich jetzt einfach mal einmal hier durch. Und guck, was kommt. Wo buddelst du dich durch? Höhle. Hoffe ich. Ah, ja. Ja, es sieht nach einer Höhle aus. Geht auf jeden Fall mal nach unten. Das ist doch schon mal was. Hoffentlich geht's auch weiter. Hier ist Eisen. Und nicht nur bis ins Eck. Ja, das hoffe ich auch. Das könnte hier bis in den Dungeon... Äh, bis in den Dungeon, bis in die... Bis in die Schlucht gehen. Ja, hier vor... Da Lava ist. Okay. Gucken wir doch mal, was hier noch so ist. So, da ist noch Wasser. Ach, wieder mal letzte Fackel. Schon? Ja, ich mach ja immer nur ein paar. Mhm. Ich versuch mir das ja abzugewöhnen. Da drüben ist auch noch eine Höhle. Ich geh doch mal rüber. Ne, hier kommt keiner. Da war ich. Wo denn, Marcondo? Gerade durch. Gerade durch? Na da, gerade rüber. Ah, okay. Dann lass uns da doch mal rüber bauen. Diesmal wird's übel, wenn wir fallen. Vorsicht, Skelett, Skelett! Nein! Weg da! Du kriegst mich nicht! Du Hund! Mach'n kalt, der haut mich. Ja, ich muss bloß hier ins Eck irgendwie. Ja. Ah! Das kommt, weil ich Rückstoß hab. Ja, der war gut. Hier, nimm du, nimm du! Das war aber knapp, ey. Der hätt mich echt bald in der Lava gehabt. Ja, dann hast du echt gut dich noch halten können. Dabei hab' ich nix gemacht, außer Shift gedrückt. Wie ne blöde, mir tut jetzt ne Finger weh. Mhm. Und gesprungen. Ah, Diamanten! Was? Wo? Musst du nach unten gehen. Ja, ich will die auch mal sehen. Diamanten und Skelett. Oh, Diamanten! Ich hab' ne Glückhacke dabei. Boah, das ist ja, das ist ja mal cool. Was, dass ich ne Glückhacke dabei hab? Du meinst die ganzen Ärzte hier, oder was? Ja, und die Glückhacke natürlich. Ja. So, dann wollen wir mal eben gucken. Yay. Ich baue jetzt erstmal mal drum rum. Da ist noch ein Diamant. Ich mach' schon mal das Eisen hier weg. Ja. Gut. So. So hast du die eingesammelt, ne? Nein, die hast du. Sicher? Da liegen sie doch. So, die kann ich nur nicht einsammeln. Soll ich die mitnehmen? Ja, nimm mal mit. Noch Platz. Wie viel sind's? Fünf. Fünf. Muss auch nicht viel dazu gekommen. Hier ist ne Blume in der Höhle. Ne Blume? Ja, ne Blume. Hier steht ne einsame Blume. So was. Oh ja, tatsächlich. Ne total Panne, oder? Das. Joa, es ist schon... Es ist schon märchwürdig. Hier ist ja schon wieder Lava. Ja, hier ist alles voller Lava. Sie sind halt zu tief. Sind ja auch... Aber keine Dungeons. Nix, ne? Also so gar nix irgendwie. Überhaupt nix. Das ist total nervig. Hier war's doch... Oh, hier ist Eisen noch. Und Redstone. Hast du ne Werkbank mitgenommen? Mh-mh. Nee. Mh-mh. Da muss ich gleich mal eine machen. Ich muss mal meine... ganze Kohle und so zusammenpacken. Weil wir ja auch bald zurück müssen, ne? Ja. Was machst'n du da? Ach, ich hab da nur Eisen rausgekloppt. Ach. Und beim letzten ist dann doch die Lava mitgekommen. Ach, ich kann nix mehr mitnehmen. Das ist echt, äh... Frustrierend. Ja, ich auch nicht. Ähm. Ich hab ne Werkbank gemacht. Jetzt ist nur die Frage, wo ist die hingekommen? Ich hab doch ne Werkbank gemacht. Was möchtest du nur mit der Werkbank? Hab ich keine gemacht? Ähm. Das Zeug stacken. So. Redstone und so. Ja. Ja. Guter Plan. Kohle. Und ich mach das hier genau über der Lava. Ich glaub, das ist, äh... nicht ganz so schlau. Komm mal wieder zurück und mach das auch. Wo bist du denn? Na, da. Hast du die grad mit der Diamanthacke abgebaut? Ja, ich kann die jetzt nur nicht hier mit runternehmen. Wieso nicht? Warte, ich wollte die... So, jetzt. So. Warte, geht's. Wenn man Redstone und sowas dabei hat, das ist echt, äh... immer viel Zeugs. Ich hab's Inventar sowas von voll. Ja, passt glaub ich. Ein bisschen was hab ich noch zum Weckschimmer messen. Aber wir sollten dann echt bald zurück. Ja. Kommt jetzt drauf an, wie viel Platz du da noch hast. Ja. So viel ist das nicht mehr. Gucken. Ich weiß noch nicht, was ich da rauskriege. So. Jetzt kann ich noch ein Lapis... Ach, Quatsch, Lapis. Ich meinte Redstone. Lapis hab ich auch noch ein bisschen was. Das könnte man sich ja... Könntest du ja meins nehmen oder ich nehm deins. Dann haben wir wieder einen Inventarplatz frei. Ja, frei. Wie viel Lapis hast du denn? 29, glaub ich. Ich hab 59. Oh, dann passt das ja gar nicht, aber kann man ja stacken. Dann passt das. Also wenn man das zu nem Block macht... Dann gib mir doch mal deinen Lapis. Da, bitte. Was ist denn die Wolle da hingelegt? Das ist, äh... Hast du Spinnfäden schon im Inventar? Ich glaube, ja. Ja, dann nimm die doch mal. Ja, warte ich. Pilz? Wer braucht denn einen Pilz, Mensch? Keine Ahnung. Ich guck auch, glaub ich, hier noch irgendwas hab, was man wegmachen kann, aber hm... Nicht wirklich mehr. Nee. Ich hab so noch Weizen dabei und hier ein Brot, das kann ich mal essen. Nimmst du die Werkband mit? Oder lassen wir die stehen? Ach. Ich hab keinen Platz mehr im Inventar. Ach, die können wir auch stehen lassen, was soll's. Ja. Wir haben eh genug Holz. Hast du jetzt wieder ein bisschen Platz, oder eher nicht? Ja, so ein bisschen. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Plätze. Wow, das ist echt viel. Ist ja doch schon ein bisschen was. Äh, wo kamen wir denn her? Von da hinten, glaub ich. Ich glaub, von da, ja. Ganz sicher bin ich mir aber nicht. Doch, von hier. Äh, zurückporten wir uns dann aber, ne? Ja, natürlich. Vorausgesetzt, das geht jetzt hier. Sonst hätten wir, ähm, gleich Anfang des Parts anfangen müssen zurückzulaufen. Mhm. Hier geht's ja noch weiter. Und hier ist Eisen. Da, 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 da. So. Blablabla. Nach Glückwunsch, hier ist auch schon wieder zu Ende. Ja? Jo. Das war es schon wieder. So. Wo bist denn du? Ich bin hier hinten im Eck. Hm. Ich hab mich ins Eck verdrückt. Warte mal, hier ist... Ah ne, ich dachte, hier wäre noch Eisen. Hm. Hm. Nix mehr... Du bist am Porten, dann wir mal zurück oder? Ja, das ist eine gute Idee. Dann können wir auch das Zeug mal weg machen. So, du kannst. Ähm... T... Tippe? Hi. Hallo. Das ging ja schnell nach Hause zu kommen. Geil, ne? Ich seh dich nur noch gar nicht. Doch, jetzt bist du da. Ich hab dich gesehen, gleich von Anfang an. Ja. Hier ist ja Lapis Lazuli. So, jetzt erst mal das Zeug hier in die Lore. Ja. Kohle aber dann bitte in Blöcken hinten rein, ne? Ja, ich hab ja nur Blöcke. Das ist gut. So, warte mal. Das haben wir da drinnen. Moment, ich kann noch mal einen Kohleblock machen. Schmerz das Zeug jetzt einfach mal hier rein. Schmerz zwei. Wir haben ja eh nix sortiert hier. Ja, ist doch einiges zusammengekommen. Komm. So, ich mach mal wieder an, ne? Mhm. Ja, dann kann das hier laufen. Ich nehm hier mal ein bisschen was raus. Die ganzen... Ach, hier ist noch Holzkohle, die ich gemacht hatte. Dann mach ich mal eben die ganzen Nüterziegeln zusammen. Wo hatten wir denn... Wo hatten wir denn... Und doch irgendwo die Pferderüstungen, oder? Äh, ja. Ich glaub draußen, ne? No, das weiß ich nicht genau. Ich glaub draußen hatten wir. Wir haben jetzt dann so einige. Wir müssen unbedingt mal Pferde finden. Ja. Das ist ja... Ja, aber das ist gar nicht so einfach, Pferde zu finden. Ne. Das hat er gesehen. Hallo. Hallo. Jetzt haben wir drei Diamantpferderüstungen. Mhm. Und zwei golden, ne? Ja. Hatten wir nicht auch Eisen? Ähm, das weiß ich gar nicht. Ich glaub nicht. Nicht? Oder? Ich war echt ja im Anfang noch ne Eisenpferderüstung gehabt, aber... Ich kann mich auch täuschen. Da. Wisst euch doch. Äh. Ich hab's so schon. Achso. Okay. Äh, ich würd jetzt noch mal eben kurz, ähm... Ne, ich schaffe ich ja. Ach, das machen wir in der Fabrik, dann, ne? Ich bin eh gespannt, wie wir die da hinkriegen sollen. Die Schafe. Ja. Oder die Fabrik. Die Schafe. Untergrunds vor sich hin. So, fertig, mein Kondo. Im Moment. Haben wir nicht noch... Wo ist der zweite Sattel? Im Sattel? Wo hatte ich den? Ich hatte irgendwo einen reingeschmissen. Hier. Kannst du den mal draußen in die obere Truhe packen? Ich hab da unten alles Pferdesachen drin. Ii, du sortierst? Ja, ich fang zumindest mal an. Ja, das sollten wir echt mal machen. Ich versuch ja schon, die Erde auszulagern. Ein bisschen, dass die hier nicht immer so... Ja, demnächst, wenn die Wollfabrik steht, dann kommt da ja erstmal die ganze Wolle hin, Wollteppiche und sowas, packen wir alles da hin. Weil wir ja auch so viele Wolle haben. Ja, noch nicht, aber es kommt dann ja. Ja, aber das käme ja dann ja dazu. Wir müssen erstmal sehen, dass wir das, was wir haben, auch mal wegkriegen. Ach, wenn das Rathaus doch schon fertig wäre. Ja, das klingt jetzt auch nicht wirklich viel. Aber wir könnten ja eventuell die Straße mal schon mal ein bisschen weiterziehen und kleine Läden machen. Die gehen schnell und man kriegt Zeug untergebracht. Das stimmt. Das Rathaus, das wird auch eine Weile dauern. Ja, natürlich, natürlich. So, My Kondo. Ja, Mulenya. Dann beenden wir jetzt mal den Part. Na, aber sicher tun wir das. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. So sieht's aus. Bis denn. Ciao, ciao. Tschüss.